In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute erklären wir, was einen Wikipedia-Artikel einzigartig macht. Wikipedia kann jeder bearbeiten und fast 300.000 Freiwillige tun dies jeden Monat. Viele Wikipedia-Artikel haben die gleiche Struktur, ein Inhaltsverzeichnis, verschiedene Abschnitte und eine Infobox. Alle Inhalte von Wikipedia benötigen eine Sekundärquelle, eine offizielle Veröffentlichung, auf die sich die Autoren beziehen können. Am Ende jedes Artikels sehen Sie alle Quellen, die von den Autoren verwendet wurden. Die Qualität eines Artikels ist nur so gut wie seine Quellen. Oben ist die Diskussionsseite. Dort diskutieren freiwillige Redakteure über den Inhalt des Artikels. Die Artikel sind das Ergebnis intensiver Diskussionen und guter Zusammenarbeit. Es gibt zwei Arten von Hyperlinks bei Wikipedia. Ein roter Hyperlink bedeutet, dass es diese Seiten noch nicht gibt und bearbeitet werden soll. Wie Wissen an sich ist die Arbeit bei Wikipedia nie zu Ende. Dies macht einen Wikipedia-Artikel einzigartig. In einer Minute erklärt. Noch eine Minute Zeit? Dann sehen Sie sich weitere Folgen der Serie an.